Yo, weiter geht's mit ToHu12! Ich kann euch nicht wundern, dass ich jetzt mal ein bisschen still bin. Das ganze Video war wahrscheinlich über. Ich werde schon mal wieder immer mal wieder was sagen, wie zum Beispiel Oh mein Gott, war das knapp oder DIE BITCH! Also wieder in Mero. Naja, ihr werdet es sehen. Ja, gut, hier können wir schöne blaue Lebendinge sammeln. Und hier ist wieder unser imaginärer Endgegner, den man nicht abbauen kann. Aber der selbst macht voll fiese Dinger, ähm, Gegner natürlich. Ja, sonst wär's ja glatt schon fair für mich, aber nein! Oh, das war knapp, ey! Ich werde mehr Bomben nutzen, eindeutig! Oh, ein Leben, ein Leben, ein Leben! Oh, geil! Ein Leben! Oh, yes! Ey, komm, ne! Ich will kein Risiko eingeben! Deswegen, komm, Bombe! Ich kann's mir leisten! Der Meinung bin ich jedenfalls... Wow! Meine Fresse, bin ich den jetzt gerade knapp entgangen. Ich hab die nämlich nicht gesehen und... Naja... Hier kam ich wieder mal nicht raus und jetzt muss ich wieder mal erstmal ohne Bombe klarkommen. Naja, okay. Es geht aber, denke ich mal, auch ohne Bombe erstmal. Oh, was ist das für eine Stage? Alter, das ist doch nicht mehr normal für vierte Stage! Nein! Das ist ja ja quasi schon Endgegner. Und dabei kam der ja noch nicht mal... Dieser Vorgeschmack vom Endgegner, dieser Mittelendgegner... Ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Ja, das ist jetzt doch der Mittel... Ne... Das ist sogar schon... Das ist sogar schon der Final End Boss... Ja... Ich muss jetzt still sein. Sorry, Leute. Obwohl, na ne, bei der Form kann ich noch quatschen, weil... Na, kommt schon. Die ist einfach. Ja, doch, die ist einfach. Aber ich würde doch eindeutig meinen, dass das kein Easy mehr ist, so wie ich jetzt spiele. Oder? Das ist doch schon hart eigentlich. Hart. Also, ja, von der Schwierigkeitsstufe. Aber es ist tatsächlich noch easy. Aber es kommt mir viel schwerer vor. So, wirklich zu lunettig oder hart passend. Nicht mehr... Und nicht mal mehr normal. Na, also... Für normal ist das schon wieder... Na ja. Kommt. Zu einfach. Äh, zu sch... Ja, doch zu einfach. Okay, bei der Form kann ich wieder quatschen, weil die ja wieder so einfach ist. Ja, okay, ähm, die letzte Form war schon eher schwer, weil diese Anker sind ja eigentlich wie bei der dritten Stage diese Fäuste. Bloß, dass die Anker noch viel schneller sind. Ähm... Naja, und irgendwie, ähm... Gefährlicher. Hm. Demzufolge auch. Waaah! Hier darf ich jetzt leider nicht mehr kompensieren. Oder... Ich werde jetzt erstmal nicht mehr kompensieren. Bei diesem... Bei dieser Form, weil die ist ja doch... Etwas härter als der Durchschnitt. Da die Gegner schon so nah dran erscheinen... Was soll das? Sohäle... Schaffer. Aber schwierig. Was soll das denn? Sohäle... 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 Oh mein Gott! Sohäle... 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 3 3 3 3 3 das wurde dir collected getan kommt stürbt bitte was geschafft oh jetzt weiter geht's der nächsten stage und ich Ich hab das Gefühl, dass ich die vierte Stage eigentlich schon mal geschafft hab. Und das jetzt eigentlich die Stage ist, die ich... Hä? Wartet mal. Ach, hoffentlich nicht. Hoffentlich hab ich jetzt nicht die vierte Stage umsonst aufgenommen. Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Naja. Jedenfalls, wir kommen zu Stage 5. Hoffentlich ist Stage 6 wirklich die letzte, weil... Boah, das Spiel ist einfach nur hot. Viel zu hot. Für Tohu Easy Mode. Oh, mein Fresse. Auch wenn das jetzt wieder mal ne Glanzleistung von mir war. Ja, ich lobe mich. Sogar bei Tohu. Und ich hab keine Angst, dann auf mich zu werden. Sollte ich aber. Achso, ja, ich hab hier keine Bomben mehr gehabt. Ich hab mich schon gewundert. Und ich hab mich gelobt und bin abgekratzt. Aber naja, es war wirklich... Ist sehr schwer. Die, 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 die. Alle sollen dieien. Alter. Was geht mit denen? Und das noch vor dem Endgegner, ey. So sollte es eigentlich nicht laufen. Und ich betone es immer wieder. Also, es ist Easy Mode. Easy. Nicht schwer. Nur easy. Ich weiß, man merkt es überhaupt nicht, dass es easy sein soll. Oh, mein Fresse. Geht's euch noch gut? Ich glaub, das Projekt muss sich abbrechen, Leute. Das ist easy mit der besten Waffe. Aber ich schaff's nicht. Es ist zu schwer. Ich werd's noch ein paar Mal versuchen, aber... Spätestens nach zwei... Äh... Spätestens noch... Nach drei Parts... Werd ich aufhören, weil das ist einfach nur... Grausam, ey. Wie soll man das schaffen? Die Toos wurden nicht, ähm, mit der Reihe eigentlich schwerer. Aber das ist ja wirklich hier... Schlimmer geht's gar nicht. Ey, wie wär das auf Lunatic? Meine Fresse, das ist doch grausam dann eigentlich, oder? Okay, einmal Bombe. Eine Bombe. Mehr nicht. Ich versuch's jedenfalls mal, das wirklich so zu schaffen. Dass es, oh, gerade sehr gelegt hat. Aber... Dass ich wirklich jetzt keine Bombe mehr hätte. Ohoowowowowowowowowowow. Ja. Fehler. Immer nur Fehler, ne? Also. Was geht die Scheiße, ey? Oh, nee. Ich kratze ab. 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 Was war Absicht? Äh. So, okay. Jetzt ein letztes Mal für dieses Video, weil... Ich, Leute... Das ist zu schwer. Das ist nichts für einen 15-Jährigen wie mich. Emiro soll das mal bitte auf Normal spielen. Ich will sehen, wie lange der dazu braucht. Und ich spiele es ja auch noch Blinds. Na gut, jetzt ist es nicht mehr Blinds. Ich spiele die Stage schon zum dritten Mal. Aber trotzdem, Leute. Das ist so hot. Ey, und das war noch nicht mal der Endpost. Ich frag mich, was auf dem Weg zum Endpost noch alles passiert. Ja, eigentlich frag ich mich nicht, weil ich es nicht wissen will. Aber egal. Okay, keine Bombe benutzt. Das war gut. Wahre Glanzleistung für mich. Oh, so. Geschafft. Juhu. Okay, komm. Die Form schaffe ich. Die Form schaffe ich noch. Weil komm, die ist einfach. Die kann man doch wirklich schaffen. Ohne Bombe auch, meine ich. Ja, gut. Ähm, was kommt jetzt? Jetzt kommt diese Form. Die ich eigentlich überhaupt keinen Bock hab, weil die ziemlich schwer ist schon. Ähm. Ja gut, Bombe. Ähm. Sehr schön. Okay. Phobos besiegt. Geschafft. 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 Und jetzt kommt hier wieder mal voll der Hagel aus irgendwelchen Pfeilen. Oder was auch immer. So, äh, okay. Gerade kommen sehr wenig Gegner, was mich etwas beruhigt und etwas beunruhigt. Weil das heißt, ähm, das heißt für mich erstmal... Okay. Gut. Aber das bedeutet für mich auch, oh, da wird noch was grausam.